Mein Kollege und ich haben Dienst auf dem Rettungswagen und kriegen einen Einsatz. Das Fax kommt raus aus dem Faxgerät, gucken auf den Zettel. Unklare Sache, keine Verständigung möglich, die und die Adresse. Also hätten wir uns den Zettel auch sparen können eigentlich. Die Adresse hätte schon gereicht. Naja gut, wir denn dahin und müssen erstmal gucken, was da ist. Wir fahren in der Einkaufsstraße, die Geschäfte waren schon zu, war schon später am Abend und sollten in eine Bank dort, wo immer die Geldautomaten stehen und dort sollte eine unklare Sache sein, ein unklares Geschehen. Notfall. So, kommen wir an, gehen rein in diese Bank, die ich erstmal öffnen musste mit meiner Bankkarte, weil die Tür war zu und ging auch nicht von alleine auf und da drinnen standen ein paar Personen. So, diese Personen waren ausländischer Herkunft und konnten halt eben nicht so gut Deutsch sprechen. So, und dann erstmal gefragt, mit Hände und Füße, sind wir hier richtig? Geht es um Sie? Was ist hier los? Oder wie auch immer. Und dann sagt der eine, help me, help me. So, und ich kommt meinen Kollegen an, okay, gut, das scheint wohl der Anrufer gewesen zu sein. Ich sage, ja, what's the matter? Und so, versucht das ein bisschen auf Englisch, der konnte wiederum kein Englisch und dann wieder mit Hände und Füße. Und er hält mir immer seine scheiß Bankkarte hin da, weil er war da wohl vermutlich mit ein paar Kumpels oder was auch immer das waren, also die waren mehrere dort. So, und hält mir immer die hin und ich versuche immer, Mensch, was ist denn hier? Was ist denn los jetzt? Warum sind wir jetzt hier mit dem Rennungswagen? Bis mein Kollege anfängt zu lachen, der hat Tränen gelacht, dreht sich weg zur Tür. Ich sage, was ist denn jetzt los? Ich sage, Dennis, was denn los, Alter? Was hast du denn jetzt? Und bis dann irgendwann bei mir auch der Groschen fiel und mich dieser Herr mit seiner Karte ständig anguckte und sagte, Universale, Universale. Ich sage, was, Universale? Universale, äh, Numba, Numba. Ja, Freunde, wir sind mit Blaulicht mit dem Rettungswagen in die Bank gefahren, weil der gute Herr dachte, die 112 ruft man an, egal was für ein Notfall vorliegt. Und es war ein Notfall, denn er hatte seine PIN-Nummer von seiner Bankkarte vergessen. Und er dachte, wenn das große rote Auto kommt, wo 112 draufsteht, weil die schicken ja immer einen im Notfall, würden wir eine universelle PIN-Nummer für seine Karte haben, damit der junge Mann Geld abheben kann. Da krieg ich so einen Blutdruck, da!